Mach doch mit, halt dich fit, mache doch beim Herzsport mit. Du wirst sehen, du wirst sehen, es wird dir gleich viel besser gehen. Jede Woche, dann einmal, treffen wir uns ohne Quar. Und dann will ein jeder ran, jeder zeigt, was er noch kann. Ja, der Herzsport, der ist gut, hält uns jung und gibt uns Mut. Ja, der Herzsport ist gesund, denn er gibt uns Mut. Ja, der Herzsport, der ist gut, hält uns jung und gibt uns Mut. Ja, der Herzsport ist gesund, denn er gibt uns jung. Arme hoch, beugt die Knie, dreht die Schultern, hüpft die Lieb. Und beim Ergo-Training dann, ja, da fängt das Schwitzen an. Und wir radeln um die Wette, als ging es um ne Plakette. Ja, der Herzsport, der ist gut, hält uns jung und gibt uns Mut. Ja, der Herzsport ist gesund, denn er gibt uns Schwung. Ja, der Herzsport, der ist gut, hält uns jung und gibt uns Mut. Ja, der Herzsport ist gesund, denn er gibt uns Schwung. Doch fürs Herz, da ist es gut, macht uns fit und gibt uns Mut. Unser Blutdruck wird normal und die Funde gehen ins Tal. Und gemeinsam macht es Freude und wir finden neue Freunde. Ja, der Herzsport, der ist gut, hält uns jung und gibt uns Mut. Ja, der Herzsport ist gesund, denn er gibt uns richtigen Schwung. Ja, der Herzsport ist gesund, denn er gibt uns richtigen Schwung. Ja, der Herzsport ist gesund, denn er gibt uns unit.